Die Kampflugzeuge zerschlagen mit massierenden Angriffen den polnischen Widerstand. Befestigungsanlagen, Eisenbahnlinien, Brücken werden durch Bomben zerstört. Versorgungsdämpos und Politionslager fliegen in die Luft. Unterbrochen greifen Stukas und Jäger in die Herdkämpfer. Das Schubschiff der Kriegsmarine Schleswig-Holstein bringt die polnischen Befestigungen auf der Westerplatte unter direktem Schuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung! 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 Achtung Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung! Achtung! Hier ist der Befehlstand der 1. Schlachtdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover, Raum 2. Achtung! Achtung! Hier ist der Befehlstand der 1. Schlachtdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover, Raum 3. Hier ist der Befehlstand und beruch, Raum 3. Schlachtdivision Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020